Hey, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es ein kleines Update zu diesem tollen, magischen Knoblauchdrink, der einfach den Bauch flacher werden lässt. Und ich habe mir fest vorgenommen, heute auf Sonntag live und direkt, euch meinen aktuellen Stand nach der circa dritten Woche jetzt mein drittes Video mitzuteilen. Bleibt dran, folgt mir unbedingt, unbedingt auf den sozialen Netzwerken. Ich habe Instagram, dort heiße ich I'm Jenny from the Block. Und auch Snapchat, wo ich mit euch täglich, fast täglich rede und alle Fragen in Bezug auf Beziehung und so weiter und sofort beantworte. Darum lohnt es sich, mir zu folgen. Auf geht's! Okay, zuallererst möchte ich euch mitteilen, ich komme jetzt gerade von der Fashion Week. Es war eine richtig super Woche. Wie ihr auf meinem Vlog sehen könnt, welchen Link ihr dann auch in meiner Infobox findet. Es war mega schön, die ganzen YouTube-Chicks wiederzusehen und mit denen abzuhängen. Und ich finde, das ist immer das Schönste an der Fashion Week, zusammenzukommen, sich auszutauschen und die Zeit gemeinschaftlich zu genießen. Und da das so eine stressige Woche war und ich zuvor auch noch ganz viel arbeiten musste und den Kopf voll hatte mit so vielen Dingen, habe ich es nicht wirklich geschafft, meinen, naja, Bauchflachplan weiter durchzuziehen. Aber das Gute daran ist, dass wir jetzt auch kurz erkennen können, was passiert, wenn man sozusagen aufhört mit der kleinen Zaubertrunk-Geschichte. Und zwar habe ich irgendwie Montag noch weitergemacht, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, vergiss es, vergiss es einfach. Ich habe da weder daran gedacht, noch das irgendwie in irgendeiner Form durchgezogen. Und ich muss sagen, witzigerweise, man macht das ja so zwei Wochen lang und man merkt, der Bauch wird flacher, signifikant irgendwas passiert am Körper. Und dann ist man manchmal vielleicht so ein bisschen genervt vom Geruch, das war ich zu Beginn. Aber dann habe ich das irgendwie in den Griff bekommen und dann habe ich mich auch an die Sache gewöhnt. Aber jetzt, wo ich damit aufgehört hatte, dachte ich mir so, irgendwie vermisse ich den Drink. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Drink so super lecker ist. Er ist okay, super lecker ist für mich was anderes, aber er ist okay. Nur habe ich festgestellt, als ich in Berlin war, dass mir dieser Drink gefehlt hat und ich dann auch darüber nachgedacht habe, wo kriege ich jetzt Knoblauch her? Mist, jetzt habe ich schon gegessen. Soll ich das jetzt nach dem Essen noch essen? So, und jetzt komme ich kurz mal zu einer gewissen Frage. Ich werde jetzt dieses Video nutzen, um nicht alle eure Fragen zu beantworten, aber die nächsten Videos kann ich ja eh alles beantworten. Aber so einiges möchte ich auf jeden Fall beantworten. Ganz viele von euch haben gefragt, nein, bevor ich das jetzt erzähle, will ich euch erstmal, will ich das eine noch zu Ende finden. Okay, 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 ich will nichts durcheinander bringen, Leute. Ich will nichts durcheinander bringen, ich muss mich jetzt gerade ein bisschen beeilen. Aber egal, ich habe wie gesagt den Drink vermisst. Ich habe gemerkt, dass meine Aufgeblähtheit, vor allen Dingen, weil ich auch unordentlich gegessen habe, ich habe voll viel gegessen. Als ich dann in mein Outfit passte und das Outfit an war, war ich so, okay, jetzt kann ich ja essen. Und da habe ich so ein bisschen übertrieben, wie wir Menschen dann so sind. Also es war so wie an Weihnachten quasi, Hauptsache rein, rein, rein. Und da hatte ich das Gefühl, dass der Bauch wieder ein bisschen dicker wird, aber jetzt auch nicht so übertrieben. Also als wie wenn das, die Arbeit, die man vor zwei Wochen geleistet hat, oder beziehungsweise die zwei Wochen über geleistet hat, immer noch gespeichert ist im Körper, witzigerweise. Aber es hat sich ein bisschen was verändert. Also der Bauch kam so ein bisschen wieder, wo ich so dachte, äh, das finde ich jetzt nicht so gut. Ich glaube, ich muss, sobald ich wieder in Hamburg bin, wieder Gas geben, weil mir das so gefiel. Also du trinkst den Drink, er detox dich, er zieht dir halt an den Stellen, wo halt irgendwie das aufgebläht ist, die Luft raus und du bist an den Stellen schlanker. Dann kam die Frage auf, Jenny, ist es nur am Bauch oder ist es auch an den Beinen? Ich habe euch bereits im letzten Video gesagt, übrigens findet ihr das erste Video, wo die Rezeptur zu diesem, jedenfalls findet ihr in der Infobox die Rezeptur zu dem Drink. Und im ersten Video habe ich nämlich genau beschrieben, wie das alles abläuft. Das zweite Video werde ich euch auch verlinken. Das ist ja jetzt das dritte Video, aber viele von euch haben gefragt, Jenny, kann ich den Drink abends trinken? Das Problem ist, wenn ich euch erkläre, dass es Befunde gibt zu dieser, sage ich mal, Therapie, beziehungsweise zu dieser Methode, um einen flacheren Bauch zu kriegen, dann muss man sich schon dran halten. Also wenn ihr abends den Drink trinkt, dann ist es natürlich was anderes, als wenn ihr ihn zuallererst trinkt und es ist das erste, was in einen Magen kommt, um euren Magen zu setten für alles, was noch passiert. Denn es ist in der Theorie wohl so, dass man noch weiter essen kann, also sprich, querbeet essen kann. Woran ich nicht glauben will, aber scheinbar haben einige von euch das Experiment gemacht und ich habe manchmal einfach so in der Infobox gelesen, dass es wohl bei einigen geklappt hat, dass sie immer noch irgendwie Pizza gegessen haben und 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 trotzdem abgenommen haben. Nicht viel abgenommen haben, aber irgendwie scheinbar doch abgenommen haben. Also das ist nicht, wonach ich lebe. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass man trainieren muss, dass man sich wohlgesonnen ernähren muss, beziehungsweise eine ausgewogene Ernährung haben muss und dann kann es auch funktionieren. Naja, nichtsdestotrotz interessant. Und ich finde es auch interessant, wenn ihr mir solche Sachen mitteilt. So, und jetzt nochmal zu der Sache, von wegen, ob man Gewicht auch nicht nur am Bauch abnimmt. Klar nimmt man nicht nur am Bauch ab, sondern auch an anderen Stellen, die quasi aufgebläht sind. Zum Beispiel habe ich festgestellt, dass ich im Gesicht schmaler geworden ist. Das Erste, was mir auffiel, ist, dass dieses Aufgedunsene im Gesicht ein bisschen wiedergekommen ist. Nicht doll. Also es geht, es ist immer noch, oder ich bilde es mir vielleicht auch ein, kann auch sein. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, aber es ist nicht so krass wie an Weihnachten zum Beispiel, wo ich übertrieben gegessen habe. Also ein bisschen ist mir das aufgefallen, dass letzte Woche mein Gesicht ein bisschen schmal war. Aber nichtsdestotrotz ist es okay, ist nicht schlimm und wir lernen aus diesem Ding. Und dann wurde ich auch gefragt, Jenny, kann man Knoblauch schnibbeln den Abend davor und danach sozusagen nach dem Aufstehen Zeit sparen und den Knoblauch dann ins Honigwasser mit Zitrone tun? Leute, ihr müsst wissen, was ihr tut. Ich würde es nicht machen. Weil Knoblauch ist eh so ein Gemüse, ist es eine Frucht oder ein Gemüse? Ich glaube ein Gemüse, welches sich verändert, die Konsistenz verändert. Sprich, es sieht dann irgendwann blau aus und nicht mehr weiß. Habe ich auch schon gedacht, einmal habe ich eine Nacht vorher, beziehungsweise einen Morgen, meinen Drink gemacht und dann hatte ich noch so die Knoblauchüberbleibsel in meinem Glas und dann habe ich am nächsten Abend oder so, weil ich keine Zeit hatte abzuwaschen, da mal so reingeguckt ins Glas und dann war mein Knoblauch blau. Und das fand ich so unappetitlich, weil es sah aus wie Schimmel. Aber es war kein Schimmel, es war einfach nur verändert durch den Sauerstoff, der sich verbunden hat mit dem Knoblauch. Alles, was ich damit sagen will, ist, ich würde es nicht machen, weil Knoblauch verändert sich auch in seiner Substanz, es verändert sich in seiner Wirkung. Und darum würde ich das nicht machen. Ich würde es so machen, wie beschrieben. Frischer Knoblauch, 15 Minuten am besten stehen lassen, ziehen lassen, danach nochmal ein paar Minuten und trinken. Fertig. Ganz simpel. Und wenn ihr euch sagt, okay, jetzt habe ich nur 5 Minuten Zeit, ey, da und? Dann mach 5 Minuten. Weißt du? Ich würde mich da jetzt nicht so stressen. Und dann auch noch so Fragen wie, Jenny, wie viel Milliliter genau an Wasser, ihr seid zu lustig, meine. Wie viel Milliliter genau an Wasser muss ich nehmen, um diesen Drink zu kreieren? Leute, macht, was ihr wollt. Es ist so, dass wenn ihr das in so einem kleinen Glas reintut, die Konzentration richtig ballert. Also das wird so stark und so konzentriert sein, dass ihr es vielleicht nicht runterbekommt. Wenn ihr das so machen wollt, macht es so. Wenn ihr es ein bisschen verdünnen wollt und in einen größeren Becher tun wollt, der so aussieht, dann macht das so. Dann ist es halt ein bisschen verdünnter und die Konsistenz ist so ein bisschen leichter. Es geht vielleicht ein bisschen leichter runter. Ich meine, dass es so ist. Es muss aber nicht so sein. Vielleicht ist es für euch nicht so. Vielleicht habt ihr ein ganz anderes Empfinden. Das heißt, es ist hier gar kein Wassermaßstab gesetzt. Ungefähr ein Becher. Das muss reichen. Bloß nicht verrückt machen mit, wie viel Milliliter kommen da jetzt rein. Das entscheidet ihr und das ist das Gute an dieser ganzen Sache, weil ihr habt auch gefragt, müssen die Knoblauchzehen durchgekaut werden? Werden sie runtergeschluckt? Müssen sie zermalmt werden? Macht, wie ihr Bock habt. Ich plädiere dafür das meiste. Ich kriege auch nicht immer alles runter, weil ich es einfach nicht schaffe und das ganze Kauen manchmal zu viel ist. An einigen Tagen schaffe ich es, an anderen Tagen nicht. Ich probiere, die Knoblauchstücke mitzuessen. Einfach, weil ich mir denke, nicht, dass ich das nicht gemacht habe und das gewünschte Resultat daran scheitert, dass ich es nicht gemacht habe. Darum mache ich es manchmal. Aber ich mache es auch nicht immer. Manchmal habe ich keinen Bock drauf und trinke nur die Flüssigkeit. Und das sollte dann auch reichen. Also macht es, wie ihr Lust habt. Und tut mir einen riesen Gefallen. Jetzt vor allen Dingen in der nächsten Woche, wenn ihr damit anfangt oder wenn ihr noch weitermacht, versucht die Fragen zu lesen, die bereits beantwortet sind in den Videos. Ey, das sind so viele Fragen, die bereits beantwortet wurden. Einfach mal durchgehen, einfach mal durchstöbern. Tut mir bitte einen riesen Gefallen und beantwortet mit die Fragen, die gestellt werden, die ihr als Zuschauer bereits beantworten könnt. Für mich. Dann muss ich es nicht extra tun. Und ich sehe nämlich auch nicht alles. Ich mache manchmal so Stichproben und gehe probeweise rein in die Kommentare und beantworte dann einiges. Aber wenn du die Antwort hast und jemandem helfen kannst mit der Antwort, dann antworte einfach. Tu das. Und somit starten wir einfach einen Chatroom unter meinem Video und kommunizieren und tauschen uns aus und gebt mir alles an Informationen, was ihr habt. Alles an Informationen, was ihr findet. Alles an Informationen zu dem, was ihr rausgefunden habt. Vor allem, wie man diesen Knoblauchgeruch wegbekommt. Ich finde es auch ganz gut, mehrere Variationen in Erwägung zu ziehen. Weil manchmal ist eine Variante nicht ausreichend. Oder an einem Tag macht man das und am anderen Tag macht man das. Es muss ja auch ein bisschen abwechslungsreich ablaufen, das Ganze. Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit der Knoblauchdiät. Irgendwas scheint dran zu sein. So viele Erfolgsergebnisse hatte ich, glaube ich, noch nie. Also wenn man jetzt mal in die Videos reinguckt und in die Fragen und Antworten, dann sieht man, dass ganz viele Menschen Erfolg damit haben, was sehr erfreulich ist und was mich übertrieben, übertrieben, übertrieben glücklich macht. Vor allen Dingen lerne ich auch so viel von euch, okay? Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Das war es auch schon. Ich halte euch nicht lange auf. Genießt den Tag in vollen Zügen. Legt einfach mal los und haltet euch an die Regeln des ersten Videos. Dann könnt ihr nichts falsch machen und dann sollte es auch bei dir klappen. In diesem Sinne, du bist schön, wie du bist. Danke, bitte, danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Bye. 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 Bye.